Hallo, mein Name ist Mara. Ich mache hier meine Ausbildung in Wetzlar als Industriekauffrau. Was ist denn wichtig für dich zu wissen? Also, die Ausbildung geht insgesamt drei Jahre lang und es ist so, dass wir mehrere Ausbildungsstationen durchlaufen, beispielsweise einmal Eibelshausen oder auch Lolla. Wir führen hier außerdem ein Kleinzeitmodell und eine 35-Stunden-Woche. Es ist auch so geregelt, dass wir zweimal in der Woche in die Schule gehen und zusätzlich die letzten drei Tage ins Unternehmen. Okay, okay. Hallo, mein Name ist David. Ist das ***? Okay, können wir noch einmal starten? Ich auch mit diesem Kopfnickermann. Hi, mein Name ist David. Ich bin aktuell auch in der Ausbildung zum Industriekaufmann bei Bosch und ich nehme euch heute mit auf die Reise durch die einzelnen Abteilungen. Ich selbst bin aktuell gerade im Controlling eingesetzt. Da sind meine Aufgaben zum einen die Erstellung von Bilanzen und zum anderen der Monatsabschluss. Zuvor war ich noch in der Logistik. Da gehörte es zum einen dazu, Transportübersichten an unsere Standorte im Ausland zu schicken oder auch zum Beispiel die Rechnungsprüfung der Spediteure. Eins meiner Highlights während der Ausbildung war die Teilnahme an einer der größten internationalen Heizungsmessen. Aber was hat das Ganze überhaupt so besonders gemacht? Ich konnte viele neue Menschen und Kollegen kennenlernen, man konnte über den Tellerrand hinaus blicken und dadurch wurde das Gefühl, Teil der Bosch-Familie zu sein, deutlich gestellt. Die Standpartie darf zum Abschluss natürlich auch nicht fehlen. Hallo, ich bin Lara aus der Personalabteilung. Ich bin für die Industriekaufleute bei der Bosch Home Comfort Group zuständig. Das bedeutet, ich begleite euch vom Recruiting bis zum Ende der Ausbildung bei eurer Entwicklung. Die Ausbildung bietet euch den großen Vorteil, dass ihr sehr viele unterschiedliche Menschen und Abteilungen kennenlernen könnt. Dadurch könnt ihr in der Ausbildung optimal herausfinden, wo ihr später arbeiten möchtet. Die Ausbildung bietet dir durch ein tariflich geregeltes Gehalt mit Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld außerdem eine hohe finanzielle Sicherheit. Hi, ich bin Laura, habe vor drei Jahren meine Ausbildung abgeschlossen und möchte euch zeigen, was nach der Ausbildung hier im Unternehmen möglich ist. Seit Abschluss der Ausbildung arbeite ich hier im zentralen Vertrieb. Durch die finanzielle Unterstützung des Unternehmens ist es mir außerdem möglich, neben der Arbeit noch ein Fernstudium zu absolvieren. Und dann sehen wir uns alle. hours That's still